Hallo zusammen, ich bin der Christian Haller, komme aus der Schweiz, bin Teamfahrer für Burton und ich stelle euch das Custom Board vor. Das ist wahrscheinlich längst das erste Board in der Burton-Linie. Das Board gibt es schon über 20 Jahre. Es ist das All-Around-Board, man kann es überall fahren. Es ist wie ein Must-Have in der Board-Kollektion. Ich würde mal sagen, es ist ein Medium Flex mit Directional Shape und wirklich, man kann das von Powder über Half-Pipe-Rails, Slopestyle überall gebrauchen. Es gibt es auch in Wide-Version für Leute, die größere Füsse haben und man hat recht sehr viel Spaß auf diesem Board. Viel Spaß!